In 40 Minuten wird bei uns dann langsam die Damenhöhe von Thiam aufgelegt. 2-0-1, ich erinnere. 2-0-1, ja. Das wird dann schon bei den Herren 50% mit Ende-Wettkampf gleichzusetzen sein. Die Bewerbe sind auf zwei Anlagen schon im Gange. Auf Anlage A liegt die Latte auch 1,94 drüben bei 1,88 Meter. Das ist Kai Kasmirek, 1,94 glänzender Hochspringer. Keine Mühe hier mit diesem Versuch. Sein erster in der Konkurrenz. Niklas Kaul drüber, Jorge Ureña drüber, Damien Warn hat es geschafft. Zak Zymek, das sind die fünf Athleten, die gleich im ersten Versuch ihrer Konkurrenz, die 1,94 gepackt haben. Aber da wissen wir ja, dass die besten Hochspringer dann erst so ab zwei Meter und sechs, zwei Meter und neun sich um die Entscheidung, um den Disziplinensieg. Kurenjev, der Russe auch drüber. Auf Anlage A noch keiner draußen. Thomas van der Plaats noch nicht eingestiegen. Schon gar nicht der Weltjahresbeste. Marcel Uibo, der hat vorläufig geplant bei 2,03 einzusteigen. Kann er zur Not auch noch revidieren. Aber er nimmt sich auf alle Fälle noch ein bisschen eine Auszeit. Einen hat es erwischt bei 1,85 Meter, aber das war nicht die Anfangshöhe. Einer ist schon draußen, nämlich Dako Pesic aus Montenegro. 1,82 Meter sind in die Wertung gekommen. 1,88 Meter war dann zu viel des guten drei Fehlversuche für ihn. Auch da sind einige noch nicht eingestiegen in den Bewerb. Den Versuch von Pavel Gisiolek, dem Polen. Die 2-Meter-Marke, die sind so in etwa auch der Scheidepunkt zwischen guten und schlechtem Hochspringer unter den 10-Kämpfern. Wer was auf sich hält, wer da ordentlich punkten will, der hat vorne auf alle Fälle die 2 stehen. Thomas van der Plaatsen, der gehört auch zu den guten. Es wird sich natürlich ein bisschen dauern, nicht gar so lange wie das Stabhochspringen. Man kann traditionell dann morgen Bewerb Nummer 8 im 10-Kampf. Ein Bewerb, der es normal zugeht, dann schon einmal 2,5 bis 3 Stunden in Anspruch nehmen kann. Und hier geht das Ganze schön langsam los. Die meisten haben schon ordentlich Fuß gefasst in der Gruppe A. Herr Helzelet, auch ohne Zapler und Freimuth. Er springt auf der anderen Anlage. Ist zwar ein großgewachsener Kerl, aber alles andere als ein Parade-Hochspringer. 1,88 Meter hat er gerade drüben auch geschafft. Zwischenklassement hat sich ja nichts geändert. Damien Warner ist momentan auf Start-Ziel-Sieg-Kurs unterwegs. Aber was heißt schon Kurs? Nach 3 von 10 Bewerben. Aber wir liefern schon einmal die Orientierungsmarke für den Hochsprung mit. Damien Warner hat dort bei seinem besten 10-Kampf 2,04 Meter geschafft. Seine All-Time-Bestmarke liegt bei 2,09 Meter. Aber er liegt derzeit über jener Punkte, die er bei seiner Bestmarke im 10-Kampf gehabt hat, von 8.695. Er liegt ein bisschen drüber. Nicht dramatisch, aber auf alle Fälle glatt über 8,7. So vielleicht zu 8.730 Punkte. Alles noch Rechenspielchen, während sich Lyndon Victor hier über diese Höhe mit 0 Höhe drüberschmeißt. 25 Jahre alt, der Mann von Grenada, der Commonwealth Champion. Schon 2,05 Meter im 10-Kampf. Also jetzt Viselek mit 5 Versuch. Nummer 2 bei 1,94 Meter. Schauen wir mal, wo ist der Meister aus Polen eingestiegen. Er hat schon einen gültigen Versuch, eine gültige Höhe. 1,91 Meter. Also damit wird er auf alle Fälle anschreiben. Viselek aber an sich ein starker Hochspringer, der schon einmal 2,12 Meter geschafft hat. 2,10 Meter im 10-Kampf hat er auch ordentliche Streuung. So, er hier habe ich mir sagen lassen, heißt Martin Rowe. Der Norweger, der sich mit soliden Leistungen mit einem guten Kugelschoss mittlerweile auf Rang 3 vorgearbeitet hat. So, und jetzt dritter Versuch von Pavel Viselek. Wieder nichts. Das ist natürlich eine harte Nummer, Feen. Er ist draußen und muss sich bescheidene 1,91 Meter eintragen lassen. 18er Zwischenplatz nach 3 bewerben und da wird er wohl sogar aus den Top 20 hinausrutschen. Der Mini mit Trost, er hat jetzt eine ordentliche Pause, denn die 400 Meter, die werden erst so gegen 18 Uhr gestartet. Und das heißt für ihn eine lange, ausgiebige Pause der Länge gar nicht jedem recht. Diese Meetings wie hier in Götzis, aber auch in Ratingen und in Talos, die haben einen etwas anderen Zeitplan als bei den internationalen großen Meisterschaften, wo dann am Vormittag meist zwei Bewerbe absolviert werden, dann längere Pause und dann erst früh zu Beginn der Abendsession der nächste Bewerbe. Und dazwischen dann oft einmal vier, fünf Stunden Pause. Mag auch nicht jeder, aber Zehnkämpfer sind es gewohnt mit allerlei Unwägbarkeiten umzugehen. Das heißt Wetter, ständig wechselnde Bewegungen, ständig wechselndes Schuhwerk, mitunter ständig wechselnde Trainer. Auch er hier hat in den letzten Jahren immer wieder seinen Trainer gewechselt. Vielleicht mit ein Grund, dass Damien Warner im Vergleich zu vielen anderen seine kumulierten Ergebnisse in den zehn Einzelbewerben noch weit deutlicher verfehlt hat, als er es bei anderen der Fall ist, wenn man seine Einzelbestleistungen zusammenzählt, kommen 9.156 Punkte heraus. 8.695 hat er geschafft, also da fehlen etwa 460 Zähler. Bei anderen Zehnkämpfern sind das in etwa nur 250 bis 300 Punkte. Aber, da schreiben wir es nicht, bei dieser Auflage ist er bisher glänzend unterwegs. Warner 1,97. Kleiner Patzer. Da muss er einmal nachsitzen. Ein bisschen zu locker und dann auch nicht explosiv genug, auch die Unterschenkel nachgeschleudert. Und dann darf man es einfach noch einmal versuchen, oder genauer gesagt, man muss es noch einmal versuchen. Thomas van der Plazen lässt aus, steigt dann erst wieder bei zwei Meter ein. Ein Gesichtsausdruck, den man oft sieht bei den Zehnkämpfern, dass da so richtig gepumpt wird. Aber das wird im Normalfall der Trainer auch versuchen, zu korrigieren. Auch Niklas Kaul erlaubt sich jetzt einen Fehlversuch über 1,97. Peter Braun dagegen über 1,91 drüber. Also, im Augenblick, das ist so die Phase der Schadensbegrenzung, der Minimallerforderung erfüllen. Also, diese Höhen für sich erledigen. Der eine oder andere muss dann schon ein bisschen kämpfen. Aber das Gros der Zehnkämpfer versucht hier einfach einmal Basispunkte zu schaffen und dann vielleicht noch einen kleinen Bonus herauszuholen. Der Italiener, der Italiener. Simone Cairoli. Er hat schon ein bisschen was liegen lassen über die 100 Meter und vor allem auch im Weitsprung. Leichte Steigerung im Kugelstoßen, damit kann man es allerdings nicht egalisieren. Guter Hochspringer. 1,97 Meter. Aber er ist dann auch schon im Vorjahr in Kölz. Er ist hier 2,03 Meter gesprungen. Guter Hochspringer. Friedrich Samuelsson. So, mit 1,97 wird der auch nicht happy. Aber das ist jetzt zumindest einmal einigermaßen angeschrieben. Im Hochsprung könnte man sagen, so der Zentimeter grob. 10 Punkte oder genauer gesagt jede Höhe, das wird eben um 3 Zentimeter hier erhöht, sind exakt 28 Punkte wert. Der Linden, der parzt hier. Das wäre dann natürlich für einen, der 2,05 Meter, 2,08 Meter springen kann, wenig. Also hier, das sind noch 1,97 Meter und ein Fehlversuch im ersten Versuch. Das ist das viel zu viel des Guten. Aber wenn man sich 2,03 vornimmt und vielleicht 1,97 Meter springt, ja okay, verliert man auch so rund 55, 56 Punkte. Nicht gut, aber keine Katastrophe. Alles drunter wäre wirklich schlimm. Zagzimek, auch ein guter Hochspringer an sich, aber auch er patzt jetzt hier bei 1,97 Meter. Da hat es doch schon einige Fehlversuche da. Drei passiert bei Dos Santos. Natürlich seit den ersten Startschüssen hier scheint die Sonne unerbittlich. Schöne, warme Temperaturen, könnte man sagen. Aber wenn man trauen, laufend drinnen, Winfeld sich parat halten muss für den nächsten Wettkampf, für den nächsten Versuch, Stoß, Sprung, ist das gar nicht so einfach. Kai Kasmirek, na der passt. Feiertet hier ein bisschen. Es ist natürlich so, dass auch Enrico Freimuth und Kai Kasmirek bei den Deutschen nicht automatisch gesetzt sind für die eigenen Europameisterschaften. Da gibt es zu viele Leute, die dann über 8.000 Punkte machen können. Natürlich hat man da ein Stein im Brett, sollte man wegen vielleicht einer Verletzung noch ein bisschen länger Zeit brauchen oder dass sich nicht komplette Leistungsbestätigung ausgeht. Aber das ist nicht so einfach bei den Deutschen. Da tauchen dann immer wieder Leute auf, die man überhaupt nicht kennt, die plötzlich ein 8.000-Punkte-Ergebnis schaffen und nur drei haben Ehre und Vergnügen, ja dann dann bei der Europameisterschaft in Berlin zu vertreten. So, Damian Warner. 1,97 für ihn an sich kein Problem. Aber eine Konzentration. Jawohl, ganz sicher und souverän. Schaut gut aus. Mit 1,97 hat er jetzt eine Höhe, mit der, sagen wir mal, die Katastrophe verhindert ist. Mit zwei Meter und drei würde er immer noch knapp über seinem Durchgangswert bleiben. Immer noch auf Kurs 8.700 bleiben. Aber diese Hochrennungen, die biegen immer ein bisschen die Gefahr, dass natürlich eben auf die Bestwerte hochgerechnet wird. Auf den besten Zehnkampf. Und bei diesem besten Zehnkampf sind halt mehr als in allen anderen Zehnkämpfen die einzelnen Möglichkeiten gut aufgegangen, auch wenn nicht vielleicht alles gepasst hat. Was macht da Rico Fremont da drüben? Zwei Fehlversuche über 1,91 Meter. 1,88 Meter hat er übersprungen. Also da wäre ein ordentlicher, dicker, fetter Rückfall im Gesamtklassement vorprogrammiert, wenn Rico Fremont diese Höhe nicht schafft. Ein Versuch bleibt hier noch. 1,88 Meter. So, das war schon sein dritter Versuch. Der ist draußen, muss sich 1,88 Meter hier gut schreiben lassen. Und man hat schon gewusst, es ist jetzt ein spärlicher Hochspringer, aber Rang 3 wird er damit ganz sicher nicht halten können. Vielleicht kommen wir zur Erinnerung. Damensiegerin, Siebenkampf, Mavisa Tutiam, zwei Meter und eins. So, jetzt kommt Savola, der Finne und nach ihm dann Rico Freimuth mit seinem dritten Versuch. Auch der Finne ist draußen. Er muss sich sogar 1,85 hier eintragen lassen. Und 1,88 ausgelassen. Und hier hier das Hochspringen, das gestaltet sich derzeit schwer. So, Rico Freimuth. Das muss auf alle Fälle her. Und das schafft es auch. Also, die deutschen Zehnkämpfer sind ein bisschen am kämpfen. 2,01 Meter. Tiam Höhe bei seinem besten Zehnkampf. Das waren jetzt gerade mal 1,91 Meter. So, auf Anlage A jetzt 2 Meter aufgelegt. Damit eröffnen wird Damien Warner. Und das ist schon eine Höhe, die er eigentlich drin hat, die er aber auch nicht immer auspacken kann. So, Warner lässt sich da mal einklatschen für seinen ersten Versuch. Über die 2 Meter. Ja, das sieht richtig gut aus. Da ist er selber zufrieden. 2 Meter für den vierten Kanadier. Solider, guter Sprung. Die Höhe hat er locker und leicht. Damit übernimmt er vorläufig sogar die Führung im Hochsprung. Ja, so viel Luft gab es dann auch nicht. Aber er ist der Erste, der über 2 Meter springt. Kai Rohli lässt aus. Kai Kasmirik lässt aus. Da müsste dann Samuel der Nächste sein. Ah, Helzeli. Jetzt ist der Versuch gültig. Da hat er sich ordentlich touchiert mit dem Gesäß. Friedrich Samuelsson im ersten Versuch auch eher über die 2 Meter. Jetzt klappt es ein bisschen besser. So, da haben wir Niklas Kaul. Viel Speed, viel Geschwindigkeit. Das macht natürlich den technischen Ablauf deutlich schwieriger. Aber wenn man dann den Absprung ideal erwischt, wie er, dann gehen sich solche Höhen ganz, ganz locker aus. Samuelsson. Für den Sprung gibt es derweil genau gleich viele Punkte wie für den einen zuvor. Frau Niklas Kaul. Damit sind wir sonst schon ganz nah dran. 2,3 Meter im besten Zehnkampf. Jetzt hat er schon mal 2 Meter sich gut schreiben lassen. Schwede ist wieder knackig unterwegs. Die Liga ganz sauber. Immer noch erste Versuche. Spanier-Ureña ist der nächste. Und jetzt ist der Versuch erst gültig. Gut aufgelegt, die Latte. Gut angepickt. Schon einige Male hier mächtig gewackelt. Und ist da liegen geblieben. Ender-Viktor. Das war zu vieles gut. Aber wir haben jetzt schon mal 6 Leute über 2 Meter. 2, die auslassen. Also 8 Mann, 3. Malche Riebock gehört auch dazu. 3, die auslassen. Macht in Summe zumindest 9, 10 Kämpfer auf Anlage A, die dann bei 2,3 Meter noch dabei sind. Kommt er dazu. Der zehnte. Sexamec aus den USA. Das wird hier noch dauern. 10,027 Sekunden. Zweiter. Laurenz-Walch. Es geht jetzt. 10,26 Sekunden. Und erst am nächsten Mal vor Ort. Laurenz-Blanc. Turnus auf 8. 10,09 Sekunden. Herzlichen Gratulation. Applaus 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 Brasilien, der auch schon in Götz ist, zu Gast war, hält den nationalen Rekord, 8.393. Und jetzt der dritte Versuch von Rico Freimuth. Nicht gepackt, 1,91 Meter kommen nur in die Wertung für Rico Freimuth. Das war's vorläufig mit Platz 2. Davon kann man ausgehen. Das ist sein ganz großes Laster, das Hochspringen. Hätte das gedacht, 1,96 groß, glänzender Weitspringer, enorm schneller Mann. Und dann schwächelt der im Hochsprung. Immer schon. Heute ganz besonders hier im Möselstadion mit 1,91. Hat hier natürlich auch wieder Kai Kasmirek die Chance, seinen Landsmann zu überflügeln. Die beiden haben natürlich als oberstes Ziel ihre Heim-EM. Aber dazu muss man sich zuerst einmal intern qualifizieren, zu den besten drei Gehirnen. Und wer weiß, wie das Wetter ist in drei Wochen in Ratingen. Und vielleicht gibt es ja dann schon wieder Eismänner. Also alles möglich. Unos lieber hier bei Klasse Wetter sich durchkämpfen, schauen, dass man ein ordentliches Ergebnis zustande bringt. Dann werden es eben keine 8,6. Oder irgendwas im Bereich der Bestleistung. Dann muss man aber hier versuchen, zumindest einmal stabile 8,3 anzuschreiben, um der Konkurrenz entsprechend was vorzulegen. Alles drunter. Könnte dann eine Zitterpartie werden im Rating. Zose-Ossé ist noch dabei. Beste Kugelstoßer. Hier bei 1,94 noch im Geschäft. Dos Santos. Macht gleich noch einmal. Ah, diesmal war der Versuch gut. Aber ein bisschen gestreift hinten mit den Warten. Und damit muss er noch einmal. Warte, dass ich mich wirklich erwischt. Ah, schon früher. Ich habe die Höhe einfach nicht ganz gehabt. Aus Korinjew jetzt mit seinem zweiten Versuch über zwei Metern. Das zweite Mal hier in Götzis. Vor drei Jahren war er schon da und hat Rang 5 belegt. Also er hat zumindest gezeigt, dass er außerhalb Russlands auch gute Ergebnisse schaffen kann. Vierter der Weltmeisterschaft 2015 in Peking. Und im selben Jahr auch Gewinner dieser Challenge des Mehrkampfs. Nimm den Viktor. Und hat nur noch einen dritten Versuch. Er war schon der dritte, er hat hier eröffnet. Es war schon der dritte und damit kommen für den Mann aus Granada 1,97 noch in die Wertung. Das ist eben bitter, der Mann, der so viel Talent hat, so viel Kraft und Speed. Auch sein Bewegungstalent. Aber obwohl er schon ein paar Jahre in Texas studiert, immer wieder Schwierigkeiten mit der Technik. Jefferson dos Santos. Bei ihm klappt es, er bleibt im Geschäft. Zehn drüber, drei lassen aus. Also wir sind jetzt mit 13 Mann dann bei zwei Meter und drei noch dabei. Machen sie es sich gemütlich zu Hause. Wenn sie den Hochsprung in voller Länge konsumieren wollen, das wird noch dauern. So, jetzt wird nachjustiert. Die Stange geht nach oben. Dann gibt es eigentlich drei Messpunkte, nämlich in der Mitte und an den Außenrändern. 2, 0, 3 ist gefragt. Das ist aber unglaublich die beste Leistung aus dem Jahr 1990 und einen gewissen Herrn kriegt Jan Schäf aus der DDR. 1,97 auf der anderen Anlage. So, und Damien Warner muss wieder beginnen. Er ist immer als erster auf Anlage A an der Reihe, wenn eine neue Höhe oder ein neuer Durchgang beginnt. 2, 0, 3. Na, das schafft, dann ist er zumindest wieder im Plan. 2, 0, 4 waren es, wie gesagt, vor drei Jahren im besten Zehnkampf. Kann mehr, ist auch schon mal 2, 0, 9 gesprungen. Aber das ist so sein Leistungsvermögen. 2, 0, 3 wäre gut, 2, 0, 6 wäre super. Ja, das sieht eher nach super aus. Es waren zwar eben erst diese 2, 0, 3, aber extrem guter Versuch von Damien Warner, der nach einer kleinen Schlamperei über 1,97 hier wieder perfekt im Drehstift ist. Also, wenn wir noch auf Wittenpuffen sind, fangen wir mal eben aus, noch die Kanadischen Kreis eingeschossen haben, gegen die aus einer europäischen Schlacht, gegen die aus einer europäischen Schlacht, gegen die aus einer europäischen Schlacht, gegen die aus einer europäischen Schlacht. Also, es sei sehr froh, dass wir uns nicht viel angustgeladen haben, weil wir uns ein Blick auf die Auslösung zu sehen, und bei den europäischen Schlacht. Also, nach Adam Riese, nach statistischen Erfahrungswerten, werden sich bei 2, 0, 3 zumindest noch einmal 3 bis 5 Mann verabschieden. So, jetzt wieder Nick Gaul. Ja, da ist auch schon so ein Bereich. Boah, der hat wirklich Lust drauf. Glänzender Techniker. Und das ist zum Beispiel einer aus der Übrung. Gerade außergewöhnlicher Typ, der vor allem noch im Sprintbereich was gut machen muss. Über 2, 0, 3 der U18 Weltrekordmann aus Deutschland. 2, 0, 5 im besten Zehnkampf. Das waren dann übrigens 8.435 Punkte, aber Juniorenpunkte, wie gesagt. Die Wurfgeräte ein bisschen leichter, die Hürden etwas niedriger. Der Rest ist gleich. Ja, der ist völlig aus dem Häuschen, schauen wir mal. 2, 0, 3, damit egalisiert er seinen Bestwert im Rahmen eines Zeckers. Und das ist dann, was auch ich glaube, das ist auch der Übring. Das ist völlig aus dem Häuschen, das ist völlig aus dem Häuschen. Und das ist völlig aus dem Häuschen. Borna, Karol Cairoli drüber, Samuelson, Helzellet, Nachsitzen, Tilga, das ist der Nächste dann, Samek, Skorenjev, Santos, Kazmirek hat zwei Meter ausgelassen, steigt ein, steigt wieder ein. Eigentlich auch Maisel Uivo, der sich überhaupt noch nicht blicken hat lassen, also der hat noch gar keine Punkte, gut geschrieben, Tilga, auch nichts. Auch auf Anlage B mittlerweile schon zwei Meter die Sprunghöhe, hat sich noch ein bisschen was verabschiedet, aber sieben Athleten sind noch dabei, Rico Freimuth enttäuschen, der 1,91 Meter und Martin Rowe hat gar noch 1,88 Meter übersprungen, das schlägt sich natürlich nicht nur aufs Gemüt. Tja und plötzlich schaut das alles anders aus, der führende Damian Borna hat bis dato hier vielleicht den besten Sprung in der Konkurrenz gezeigt, blitzsauberen ersten Jump über die 2,03 Meter. Matthias Brucker, das sind zwei Meter aufgelegt und die schafft er, er ist jetzt kein Held über die Hochsprung Latte, aber 1,97 Meter im besten Zehnkampf, jetzt zwei Meter, da holt er wieder 30 Punkte heraus, in der Halle war schon mal deutlich mehr, aber das würde ihn jetzt nicht so interessieren. Zwei Meter ist stark für Matthias Brucker, Feueraufrang 6 in Götzis knapp, vor ihm Peter Braun, der ist Fünfter geworden mit einem Punkt mehr und der ist auch noch dabei. Santos. ... ... So, das ist wieder Kai Kasmirek. Er bleibt dabei, es wirkt nicht ganz so dynamisch, so exklusiv wie auch schon bei ihm, aber dafür arbeitet er sich mit mehr Routine als in den Jahren zuvor hier durch den Wettkampf. Sie sehen, was da hinten nachkommt. Die Deutschen haben jetzt genau diese Situation da hinten mit Matthias Brucker und Niklas Kaul. Zwei, die richtig Gas geben und vorne Medrico Freimuth und Kai Kasmirek, zwei Routiniers, die sich nicht von der absoluten Schokoladenseite hier präsentieren. Zumindest am ersten Tag. Da haben wir schon einmal vier hochinteressante Leute und einer von denen muss zumindest zuschauen. Zumindest einer. So, jetzt kommt Uibu. Sein erster Versuch in der Konkurrenz überhaupt erst. Da wissen Sie auch wieso. Wer kann, der kann. Samuelson, zwei Meter und drei, sauberer Versuch. Er bleibt im Geschäft. Zweiter Versuch war das. Ah, der steigert sich hier. Der legt das drauf. 2-0-3. Damit egalisiert er seine Zehnkampf-Bestmarke. So, wir sind wieder beim Hochsprung. Das war Thomas van der Plazen, der sich im Zweiten auch erfolgreich über zwei Meter und drei geschmissen hat. Mittlerweile auch auf der Anlage B. Zwei Meter und drei. Damit zu tun, dass wir auf der A-Anlage so viele Zehnkämpfer zwei Meter übersprungen haben oder bei zwei Meter drei noch dabei sind. Mit 13 an der Zahl. Auf Gruppe B ist das Feld deutlich ausgedünnt. Das sind es sieben. Der hier zum Beispiel Lusch. Das war Urinha, der Spanier. Der hier den dritten Versuch ungültig macht und damit also zwei Meter für ihn in die Wertung kommen. Bleibt er dann doch auch sechs bis acht Zentimeter unter seinen Möglichkeiten. 2-0-8 im besten Zehnkampf. Jetzt ist er bei der Weltmeisterschaft. Dekzamek. Auch er muss hier schon die Segel streichen. Damit statt 2-0-9, wie auch schon im Zehnkampf, zwei Meter in der Wertung. Auch da büßt er natürlich hier viel ein. So etwa 580 Punkte verliert er da. 803 gibt es dafür. Die Verfolger von Damien Warner, die lösen sich so nach und nach als Verfolger in ihrer Rolle auf. Jefferson dos Santos, der hat schon bei zwei Meter Schwierigkeiten gehabt, ist auch draußen. Und Kai Kaspern, der kämpft. Auch sein dritter Versuch. Und er schafft es. Also das ist schon eine Tugend. Das muss man... Skorreniev, dritter Versuch. Zwei Meter und drei. Nein, auch er ist damit draußen. Und auch er bleibt da weit unter seiner Möglichkeit. Zwei Meter zwölf waren es bei jenem Zehnkampf, bei dem er vorher russisch am liebsten zweiteltmeter lang ist. Samuelsson, das sind schon zwei Meter und sechs. Er kommt da drüber. Damien Warner hat sich einen ersten Fehlversuch erlaubt, hat er begonnen. Und Frederik Samuelsson, der erste, der jetzt die zwei Meter sechs überquert. Zweiter gehen. An morgen. Das ist der deutsche Chaos und der schafft es über zwei Meter und sechs. Zweiter Versuch für ihn. Samuelsson, Tilga haben es gepackt. Und jetzt auch der junge Deutsche. Zwei Meter und sechs. Also der hat wirklich mächtig was drauf. Jetzt schon höher als in seinem besten Zehnkampf. Egal, ob das bei den Junioren war, weil da ändert sich nichts beim Hochsprung. Man bekommt dann nur ein bisschen bessere Punkte. So. Auf Anlage B nur noch einer mit dabei, nämlich Friedrich Pretorius. 2.06. Und das ist Kai Kasmirik sein zweiter Versuch. Nein, scheitert ebenso wie auch Damien Warner zuvor. Auch er, der führende mit zwei Fehlversuchen über 2.06. Ja, aber da ist man natürlich ziemlich ausgereizt. So, Thomas van der Platzen. Auch er mit der zweiten Chance. Und er schafft es. Der vierte Springer drüber über diese Höhe. Dazu haben Kai Roli und Uibo ausgelassen. Also sind dann auch noch bei der nächsten Höhe zumindest sechs Mann mit dabei. Minimum. So, Damien Warner richtet sich dann schon her, wird dann schon der nächste sein. Dritten Versuch über 2.06. Starker Hochsprung bisher. Er hätte die Höhe drinnen, aber er hat nur noch diesen einen Versuch. Danach kann er es gut sein lassen. Danach hätte er wieder 20 Punkte herausgeschunden. Nein, reicht nichts. Zwei Meter und drei kommen in die Wertung, aber das kann sich absolut sehen lassen. Er verteidigt damit seine Führung auf alle Fälle. Die, die jetzt noch im Einsatz sind, die sind doch schon ein Stück weit hinter ihm zurück. Samuelson noch am besten. Der liegt an der siebenten Stelle im Gesamtklassement. Tilga, Kaul und Thomas van der Plazen sind weiter zurück. Der Belgier ist zwölfter. Kaul liegt an der siebzehnten Stelle nach drei Bewerben unter. Tilga auch an der siebten Stelle. Ex-Equo mit Samuelson. So, jetzt aber Kai Kasmerk, er hat noch eine Chance. Und die nutzt er. Kai Kasmerk, zwei Meter und sechs. Na, das ist ja so ganz nebenbei. Vielleicht nicht dominant präsent derzeit bei den Überlegungen. Aber das ist schlicht und einfach hier schon der Kampf um Starplätze bei der Europameisterschaft. Hier kann man vorlegen, hier passt auf alle Fälle das Wetter und die Bedingungen. Vielleicht ist man im Trainings- und Wettkampfmodus dann in drei Wochen schon ein bisschen weiter bei Ratingen. So, er hat es schon geschafft. Auch der 20-jährige Äste, Karil Tilga, der auch im Kugelstoßen stark war. Auch er über die zwei Meter und sechs drüber. Und damit auch er bei der nächsten Höhe dabei. Westmarke bisher zwei Meter und acht. Die ist ja auch mit großer Tradition. Erkinol, Olympiasieger 2000. Große Feenabordnung aus Estland auch heuer wieder mit dabei. Ja, braucht noch mal ein ordentliches Zugpferd, dann lässt sich so eine Sportart einfach deutlich besser auch Schwung zu bringen. Aber wenn dann die richtigen Leute auch zur richtigen Zeit an den Hebeln sitzen, dann kann man da was entwickeln. So gesehen in Estland, in denen speziell der Zehnkampf einen ordentlichen Aufschwung erlebt. So, jetzt kommt der Niklas Kaul als erster über zwei Meter und neun. Aber es hat er drinnen, die Höhe hat er drinnen. 2-0-9 jetzt für den Italiener Cairoli, der 2-0-6 ausgelassen hat. Ups, unten durch. Und dann oben gerissen mit der Hand. Er lässt schon sein. Das hört sich ganz nach Aufgabe an. Macht Sinn, wenn man spürt, es geht hier einfach nicht mehr. Das ist zu vieles gut. In die nächste Höhe, das schafft man sicher nicht. Dann muss man keine Energie verschwenden. Mit 2-0-6 ist der Italiener schon deutlich hier über seinen Verhältnissen gesprungen. 2-0-3 im besten Senker. Ah ja, 2-0-3 nur für Cairoli, der die 2-0-6 frech ausgelassen hat und einfach versucht hat. Samuelsam. Ja, der wird natürlich hier einen Sprung nach vorne machen im Gesamtklassement. Siebenter ebenso wie Karel Tilga. Die beiden sind hier noch im Geschäft. Wird nicht reichen, um Damien Warner zu attackieren am ersten Tag. Aber um sich da mal weit vorne mit ins Gespräch zu bringen. Und morgen dann um die Top-Plätze geht. Karel Tilga. 2-0-9. Vierter Bewerb. Vierte Bestleistung für den jungen Aston. 20 ist er noch einmal. 20 Jahre alt. Angereist. Mit einer Bestleistung von 7.489 Zählern. Aber der hat seine Bestmarken hier teilweise pulverisiert. 34 Hundertstel schnell gelaufen über die 100 Meter. 10 Zentimeter waren sie im Weitsprung. 1,5 Meter Kugelstoßen und jetzt auch schon mit einem Zentimeter höher im Hochsprung. Kai Kasmirek. Jetzt wird die Luft ein bisschen dünn da oben. Er schafft's. Nice, Aluibo. Jetzt kommt Niklas Kaul. Der hier natürlich auch noch einen mächtigen Sprung nach vorne macht. Dann landen ihm hier die 2.09 gelingen. Sein zweiter Versuch. Boah. Der war gut. Kommt mit einem deutlich schnellsten Anlauf aller 10 Kämpfer. Hier, daher. Technisch saubere Angelegenheit. Genau. Zahnreich versammelt hier die schwedische Fähnabordnung. Überhaupt prall gefüllt die komplette Startkurve im Löse-Stadion Samuelsson. Das war wirklich ganz, ganz knapp. Das war wirklich ganz, ganz knapp. So, er versucht's noch mal. Kai Kasmirek, nein, der ist auch weit weg von aussichtsreich. Ja, wenn er dann bei sein, dass er sich in das Wesen fängt, dann verspelt er die 2 Witter und dann er kriegt mal. Damit kommen wir zu Thomas van der Platzen. Thomas van der Platzen. Das ist seine zweite Chance. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja. 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 Und wieder Kaul. Also die Dependenten hier, da ist wirklich stark, allen voran der 1,90 groß, 90 Kilogramm schwere Athlete, Saulheim bei Mainz, standet für die Mainzer. Ja. Dritte, letzte Chance für ihn. Jawoll! Der, der morgen dann am vorletzten Bewerb seinen ganz großen Auftritt haben sollte, ist auch Junioren-Vize-Weltmeister im Speerwerfen. 2 0 9 für meister rieber für karim tilga für niklas kaul drei haben noch die chance samuelsson ist als erster an der reihe mit seiner letzten möglichkeit das war zu viel des guten aber starke zwei meter und sechs für den schweden das war irgendwie abzusehen aber er feitert spürt natürlich auch den atem der jüngeren konkurrenten sondern der älteste mit 27 jahren riko freimuth 30 jahre auf dem buckel der wird von platz 2 weit zurückfallen karl kasmirek lässt sich zwei meter und sechs gut schreiben das sind 15 zentimeter mehr als sein lansmar freimuth von der platzen ist auch draußen beendet seinen wegkampf ebenfalls mit zwei meter und sechs da kann er natürlich deutlich besser auch schon 2016 2017 gesprungen aber dieses vermögen hat er derzeit nicht uebo tilga und kaul die drei sind noch mit dabei wenn es um den tagessieg geht im vierten bewerb des zeckers so wieder nachjustierung nächste höhe zwei meter und zwölf anlage b ist längst beendet dort hat der südafrikaner friedrich pretorius die beste höhe erzielt mit zwei metern und drei vor matthias brocker peter braun jeweils zwei meter überquert haben riko freimuth eben nur ein meter 91 dort drüben und damit wird platz zwei flöten gehen martin rohe der norweger ist 988 gesprungen war dritter nach dem kugel stoßen wird sich ja auch weit zurückfallen sehen so oder junge deutsche muss vorlegen erste an der reihe zwei meter und zwölf da ist schon noch ein stück das hier gefehlt hat ich glaube er lasst sein ich glaube das war schon so ist es klares kommando ja ein versuch was wert da war gar nicht so schlecht aber guter versuch bei dem man dann spült da reicht es ja trotzdem noch nicht der schreit dann geradezu noch das ist schon ein zeichen von klasse hier früh selbst zu erkennen das hat hier keinen sinn mehr das kostet nur energie zwei meter und neun und neun kommen für kaul in die wert ähnlich guter versuch für tilga aber der wird es noch mal versuchen das sind zwei außergewöhnliche talent am start zwei absolut jüngsten empfehlen schon mal durch mit 20 jahren wer gehört dann noch dazu niklas kaul 20 karen tilga 20 das sind hier die deputanten und meister louisbo auch mit einem fehler er hat derzeit von der betrachtungsweise disziplinensieg die nase vorn weil weniger fehlversuche als die anderen aber schlussendlich zählt natürlich die anzahl möglicher fehlversuche bei der letzten übersprungenen höhe da hat er nichts und tilga nichts allerdings hat sich die aber 203 einen fehlversuch erlaubt kaul hat da schon einige fehlversuche auf dem konto also der müsste den bewerb zu gewinnen einfach auch eine höhe mehr schaffen als seine konkurrenten aber der disziplinensieg als solcher spielt natürlich eine stark untergeordnete rolle der preis gilt dafür und tilga alles gut Das war schon sein zweiter Versuch. Einmal geht es noch. Und Marcel Loibo, Sieg in einem Einzelbewerb. Eine schicke Goldmünze gibt es dafür. Marcel Loibo überquert auch diese 2,12 Meter und ist damit klarer Favorit auf den Sieg im Hochsprung. 2,13 Meter hat er geschafft in Athen vor drei Wochen bei seinen 8.407 Zählern bei seiner Jahresweltbestleistung. Nachdem Loibo drüber ist, Kaul den Wettkampf beendet hat, bleibt jetzt noch ein dritter Versuch von Karel Tilga aus Estland. Sonst wird es eine Wibo-Solo-Show. Wibo, beeindruckend auch, bestätigt hier seine tolle Frühform zu Saisonbeginn. Gibt es dann eben nur für ihn, für den Esten, diese Form zu kompensieren und vielleicht sogar ein bisschen auszubauen im Blick Richtung Europameisterschaft. Den hat überhaupt niemand auf der Rechnung gehabt, Karel Tilga. Nicht in der Form, nein, aber das geht nicht mehr. 2,09 für ihn in die Wertung, aber vierte Disziplin, vierte Zehnkampf-Bestleistung für den jungen Esten. Der sich hier locker um fette Punkte verbessern wird, ist dann, und da bin ich dann schon gespannt, Karel Tilga ein katastrophaler Stabhochspringer in seinem besten Zehnkampf. Hat er 3,77 Meter geschafft im Stabhochsprung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit der Veranstalter hier bereit war, die Anfangshöhe herunterzunehmen, aber ja, im Reglement ist das an sich nicht so schwer gedeckelt. Aber ob man 3,70 Meter springt oder vielleicht 5,20 Meter, das sind natürlich unendlich viele Punkte. Mal schnell schauen, nur weil es so extrem ist, im Stabhochsprung sind 10 cm 30 Punkte. Wenn ich da an Meter verliere, sind 300 Punkte. Und es geht dann Richtung 400 Punkte, was halt auf die besten Stabhochspringer einbüßen würde. Würden ist auch noch nicht so stark. Die Stabhochdiskus sind über 40 Meter, 1500 Meter auch schwierig, also der zweite Tag. Aber vielleicht gelingt Karel Tilga ja dann auch in den Bewerben 6, 7, 8, 9 und 10. Ähnliche Steigerungen wie heute in den ersten fünf Bewerben, in den ersten vier bisher. So, 2,15 Meter, Maishael Uibo, erster Versuch. Jetzt wird noch sein, könnt ihr sehen. So geht dann bis jetzt in Mittwoch ab. Der zweite ist in einem Jahr 2015. Jesus war dann der zweite Schul 39. Der zweite Wind ist, dass Jiwon après-Masael angeektiv, Seine also würde für den ersten Blick, ä何 mighty быстро scoring operieren, Jetzt ist er natürlich alleine im Bewerb, da gibt es besondere Spielregeln. Da hat er noch Zeit, unten läuft eine Uhr, die im Augenblick jetzt auf 1 Minute 50 herunterläuft. So lange hat er Zeit für einen zweiten Versuch. Ich glaube, das ist so ein sensuelles Punkt, dass alle energetische Prüfung stattfindet. Und da hat er ganz schnell wieder zufrieden. Jetzt bin ich ganz schön bei der Anwendung der Stille. Den Hans von Kolbe in der Zwischenzeitung der Hochhekim mit der Hans-Giß-Giß-Dieselung der Friedrichstraße. So, kurzer Schluck noch für 25-jährigen Esten, das Hochspringen hier, also eine fast estnische Solo-Angelegenheit, so ein Tagessieg letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, nicht im Ziel, vorjahr Götzis Debüt mit einem Nuller in Kugelstoßen. Da drin ist schon 2,18 gesprungen, jetzt ein zweiter Versuch, 2,15 Meter, es geht, es geht, es könnte schon noch gehen. Jetzt geht es schon auf die Weltmeisterschaft, jetzt geht es schon auf die Weltmeisterschaft. Da in den USA studiert, zweifacher College-Champion dort drüben im Zehnkampf. Westmarken in seiner Heimat, die liegen natürlich schon noch entsprechend hoch. Erkinol, 8.815 Punkte, das ist der Landesrekord. Dann gab es im Jahre 2005 noch einen gewissen Ranu, 8.526, Külvet, der schon in den 80er Jahren 8.506 Punkte geschafft hat. Mit Papil, 8.398, Yannick Ögliane im Vorjahr 8.371 und dann erst kommt als Nummer 6 der estnischen Zehnkämpfer, Michael Weibo, vor zwei Jahren 8.356 Punkte, noch nicht berücksichtigt in dieser Aufzählung die 8.407, also ist er doch schon die Nummer 4 in Estland. Aber 400 Punkte hinter Großmeister Erkinol, dem Olympiasieger von Sydney 2000. Sie sehen da hinten die estnischen Fans, die Schweden helfen auch mit. Zwei Meter und 15. Au, beinahe auch der dritte war gut, aber nicht gut genug. Sieg im Hochsprung für Maisel Weibo aus Estland mit übersprungenen zwei Meter und zwölf. Mit bleibt er einen Zentimeter unter seiner Bestmarke. Beim Meeting in Athen bei der Jahreswelt-Bestmarke. Aber er schraubt sich da weit nach vorne. Und bis auf den zweiten Platz. Sechster war er nach dem Kugelstoßen. Damien Warner kann er nicht kratzen, obwohl er dem hier natürlich auch viel, viel Terrain abgenommen hat. 84 Punkte, Weibo gewinnt hier das Hochspringen vor seinem Landsmann Karretilga, der ebenso wie Niklas Kaul zwei Meter und neun schafft. Schwierigkeiten für Skorinjev. Schwierigkeiten für Skorinjev. Zwei Meter für den Russen. Linden-Victor 1,97. Rico Freimuth 1,91. Martin Rohe war dritter. Zwei Mal 1,88. Der fällt hier weit, weit zurück. Tja, und damit vor dem letzten, vor dem fünften Bewerb im Männerzenkampf am ersten Tag hat sich das Gesamtklassement nochmal ordentlich durcheinander gemischelt. Und nicht ganz vorne, da hält nach wie vor Damien Warner eine souveräne Führung. 147 Punkte vor jetzt. Maischer Loibo vor Karel Tilga, die ganz große Überraschung hier. Vierter Frederik Samuelsson. Dann Peter Braun, Kai Kasmirek an der sechsten Stelle. Hat Terrain gut gemacht, Thomas van der Plazen. Siebenter auch aufgeholt. Sechse Merk, ein bisschen zurückgefallen. Martin Rohe nur noch. Aufrang 11, Freimuth 9. Brucker aufrang 10. Also, da hat sich einiges getan im Gesamtklassement. So nennt man Umbruch. Vier Bewerbe geschlagen.